Liebe Steirerinnen und Steirer, wir leben in keiner Notsituation. Wir haben eigentlich alles, aber wir leben in einer schweren Krise, die wir gemeinsam meistern müssen. Ich gehöre als 68-Jähriger auch der Risikogruppe an. Ich denke, alle sind gefordert, jetzt dafür zu sorgen, dass der kleine Friseur, der kleine Handelsbetrieb, die große Firma, überlebt, indem wir zusammenhelfen, fordern und fördern, damit sich die Wirtschaft erholt, damit die Wirtschaft Zukunft hat, damit wir Arbeitsplätze sichern. Alle Maßnahmen, die wir miteinander durchsetzen können, ist, bleiben Sie zu Hause, wenn es geht, machen Sie nur die notwendigsten Besorgungen, vertreten Sie sich die Füße in der gewohnten Umgebung, rücken wir zusammen, aber halten wir Abstand, damit wir uns nicht gegenseitig anstecken. Ich sehe viel Zusammenhalt in diesen Tagen. Ganz wenige haben noch nicht erkannt, dass das eine schwere Zeit ist, aber im Großen und Ganzen bin ich überzeugt, wir werden gemeinsam diese Krise meistern und gestärkt aus ihr heraus gehen, weil wir alle merken, die Gesellschaft ist verwundbar und dann werden wir noch besser zusammenhalten. Alles Gute, bleiben Sie gesund!